Willkommen zu einem neuen Video von WWE 2K17 online Ich schlag jetzt schon eine Woche, dass die Kinder vorratzen Oh, Gold Die Sterne ist top Was ist der hier? Uh Was ist das? 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 Oh, schön Das ist Brock Lesnar. Das ist Brock Lesnar. Der Beast Incarnate ist 100% real. Er schützt seine Adversaries mit der Ferocität. Er wird nur bezeichnet als Bringen der Pain. Gehen für ihn wieder. Ein Knockdown-Drag-Out-Brawl, mit einem großen Stumpf. Ich habe ihn zuerst gepackt. Was geht's doch hin? Ich habe ihn zuerst gepackt. Ich habe ihn zuerst gepackt. Oh mein Gott, er wird ein Wunscher sein. Ich habe ihn zuerst gepackt. Ich habe ihn zuerst gepackt. Es wird so schwer. Ich meine, es wird so schwer. Ich habe ihn zuerst gepackt. Ich habe ihn zuerst gepackt. Hier wieder einmal. Das ist okay. Wer nicht mag sehen Dinge über und über und über. Ich habe ihn zuerst gepackt. Ich habe ihn zuerst gepackt. Ich habe ihn zuerst gepackt. Das ist wie nichts. Das Sport Entertainment businessen haben sie gesehen. Und die Fans wissen. WWE audiences wissen, dass Brock Lesnar ist ein pure wrestling machine. Du kannst sehen, dass Brock Lesnar in die Arena. Weil die Audience erupt. Und dann geht es in die Hush. Und dann schauen, was Brock's wird next machen. Brock Lesnar instiert Angst vor allen. Ich habe ihn zuerst gepackt. Ich habe ihn zuerst gepackt. Ja. 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 Scheiße, das ist gut. Ok, das ist das erste Mal, das ist das erste Mal, das ist das erste Mal.